Es ist nicht so schlimm. Du kommst auch alleine zurecht. Schläfst du nicht mit im Haus? Nein. Jetzt tut mir der Rücken weh. Du bist alt. Du aber auch. Auch wenn es nicht der Wunsch Ihres Vaters war, aber gehen Sie mit dem Preis etwas runter. 25 Prozent der Zeit. Das erscheint mir realistisch. Hier müsste dringend gestrichen werden. Ich habe gar keine Lust mehr anzuhören, was Sie zum Haus sagen. Wenn Sie was kritisieren, möchte ich Ihnen die Augen auskratzen. Geh du rein und sei nett. Es ist total ruhig. Der Kamin ist ganz toll. Ich habe gesehen, dass Sie Feuer gemacht haben. Ich kann Feuer machen, wann ich will. Das hier ist mein Haus. Sie ist ja wirklich hübsch. Wer ist das? Meine Freundin. Sehen wir uns dieses Wochenende zum letzten Mal? Das ist schon möglich. Ich habe dich lieb. Das hier kann sie sicher nicht so gut wie ich. Lass das. Hör auf damit. Bonjour. Bonjour. Wir doch zu deiner perfekten Geliebten. Na los, mach schon. Warum haben Sie sich jemals getrennt? Das kommt einem sofort in den Sinn. Vielleicht ist das auch nur ein dummer Gedanke. Ja. Aber bei ihm. Ja. Hä. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020